Wir, wir, äh, lesen, also ich lese jetzt mal eine Beichte vor, ja. Ich sage immer nicht, von wem das ist, weil es ist sonst vielleicht ein bisschen asozial. Hier kommt der Erste. Hatte mein erstes Mal mit 14, war ein Dreier mit zwei Jungs. Ey, wollt ihr mich verarschen, Alter? Was ist das? Alles da, ja. Soll ich das wirklich glauben? Also, also, das ist ja jetzt aber schwierig, ne. Mit 14 ein Dreier mit zwei Jungs? So stelle ich mir das vor. Der Nächste schreibt, hab mal einen Ring gefunden und nicht ins Fundbüro gebracht. Wert 2000 Euro, war fett shoppen. Moralisch zu 100% vertretbar an der Stelle, ja. Möchte ich jetzt hier nochmal sagen. Ich hätte mir erst mal einen PC gekauft, ne. Auf ganz entspannt. Wo hast du denn überhaupt nach Beichten gefragt? Auf meinem Instagram-Account. Ich männlich16 beichte, dass ich, wenn ich aus Videokonferenz aus bin, meine Lehrer immer beleidige. Ey, da musst du mal aufpassen, ne. Nicht, dass man das Mikrofon anhat. Ne, kann ich, äh, kann ich nicht nachvollziehen, weil ich bisher noch nie ein Meeting mit meinen Lehrern übers Internet hatte. Okay, ja, komm, wir machen das Nächste, ja. Ich kann, ich kann das hier gar nicht vertreten, ne. Ich dachte, wir sind hier ganz nett, ganz lieb. Ja, das ist ein ganz vorbildlicher Stream. Oh, oh, hier kommt aber eine Beichte. Das ist wirklich eine heftige Beichte. Ey, wirklich, macht euch jetzt auf was gefasst. Das ist wirklich eine heftige Beichte. Ich habe 2016 bis 2017 Rebecca Wingen gern gehabt. Ja, das ist schon eine heftige Beichte. Aber Ticke ist Ripp an der Stelle, ja. Alter, bin wir zu los zum Trinken. Ich bin so ein Lappen. Wir machen weiter. Ich bin 18 männlich, ja. Oder ich 18 männlich beichte. Dass wir im PC-Raum in der Schule Mortadella in die Laufwerke geschoben haben. Bro, was? Dieses wieserliche Schwein. Der hat einfach Mortadella in den Laufwerk geschoben in der Schule. Aber wenn es wenigstens genau reingepasst hat, ist, denke ich, jetzt mal nicht so das Problem, ne? Ich war schon lost in meiner gesamten Karriere, ne? Aber das ist schon, das ist, also das muss man erst mal drauf haben, ne? Oh, ey, jetzt kommt wieder... Okay, Leute. Das nächste ist auf jeden Fall wieder lost. Hab mal meinen P**is an den, äh, an den Milchschnitte gerieben. Die sind dann gegessen und mir dabei ein gecheckst, gejockelt, ja. Ihr seid so ekelhaft, Alter. Was ist da nicht los? Wer macht denn das? Also wie kommt man da drauf? Meine frühere Klasse auf dem Gymnasium hätte bestimmt auch irgendjemand das gemacht, safe. Also ich meine, es hat sich mal jemand bei mir in der Klasse, in der 6. Klasse war das in den Stift in den Arsch gesteckt. Was soll ich davon... Was soll ich das sagen? Mit einem Matheunterricht schiebt er sich in den Stift in den Arsch. Da ist das Mortadella-Ding ja gar kein Problem. Ja? Also von daher alles entspannt. Okay, wir machen weiter. Ich männlich 13 beichte, dass ich meinen besten Freund für V-Bucks ausnutze. Lassen wir es kommentarlos stehen oder wollt ihr doch noch eine rote Karte reinhauen? Das macht man nicht. Unangenehm an der Stelle. Möchte ich bloß nochmal erwähnen. Okay, es geht weiter. Ich männlich 16 beichte, dass ich gerne, in Klammern leider, häufig Schnupftabak konsumiere und Angst habe süchtig zu werden. Was soll ich dazu sagen? Kann dazu gar nichts sagen. Tabak generell ist ja nie gut. Nie was, was man fühlen sollte. Auch nicht mit 16, auch nicht mit 14 oder mit 20. Ich persönlich kann aber dazu nichts weiter sagen, weil ich keinerlei Berührung mit Schnupftabak jemals hatte. Und auch keine Berührung damit haben möchte. Genauso mit Zigaretten oder sonst irgendwas. Ich habe, glaube ich, ja gut, in meinem Leben habe ich vielleicht insgesamt schon fünfmal an der Zigarette gezogen. Es war nie krass. Hat einfach nur gestunken, das war's. Geschmack war halt, ja, nach Rauch. Ja, ganz normal nach Rauch. Aber war nie irgendwie was, wo ich sagen muss, dass ich das möchte, das brauche ich einfach zum Wunder kommen. Die nächste, feiste. Hatte meinen ersten Blowie von einem Kerl bekommen, als ich sehr betrunken war. Bin, by the way, hetero. Alright, ja. Ich hoffe, du bist stolz drauf, ja. Normal. Normal wird geschrieben, was ist los mit euch? Ja, aber Mund ist Mund. So geil, Alter. Ihr seid so geil. Was seid ihr für geil? Also ich meine, fühlen das, ja. Ich finde es lustig. Ich meine, ich würde das sehr komisch, also ich meine, wenn man homosexuell ist, ist ja okay. Okay, aber hetero würde ich mich sehr komisch vorkommen. Naja, ausprobieren. Aber das würde ich doch, ich würde niemals auf den Gedanken kommen, das bei jemandem auszuprobieren. Kann man mal machen. Leute, was ist los? Ey, was ist los mit euch? Ne, ne, das würde ich nicht machen. Leute, würdet ihr das machen? Im Souf geht alles. Ich bin heimlich verliebt in dich. Das ist kein Beichte. Das ist normal, dass man heimlich verliebt ist in mich. Hier wurde geschrieben, ich habe mich auf, also er beichtet. Ich habe mich auf Harley Kim befriedigt. Ich weiß nicht, ob ich sowas supporten sollte, ja. Aber komisch, ja. Ey, was ist mit euch los? Fühlt ihr das? Zeigt die sich denn so, so nackt, sag ich mal, dass man sich darauf, also dass man überhaupt auf den Gedanken kommt? Sie ist weiblich, das reicht. Schreibt da rein. Oh, hier kommt was richtig Widerliches. Oh, Alter, wirklich, das ist ganz widerlich. Ich männlich beichte, dass ich meine Hände noch nie mit Seife gewaschen habe. Junge, wer hat denn seine Hände noch nie, noch nie mit Seife gewaschen? Was ist los? Bro, what the fuck, Alter? Man muss, irgendwann muss man schon mal seine Hände mit Seife waschen. Irgendwann stinkt doch mal die Hand und dann denkst du dir so, Alter, muss ich jetzt unbedingt auch mit Seife waschen, damit das wenigstens gut riecht. Ne, also das fühle ich ja gar nicht. Oh, hier kommt noch eine Beichte, Achtung. Ich männlich beichte, Sprachen lernen, Babbel. Ich männlich 20 beichte, dass ich mit meiner besten Freundin neben meinem besten Kollegen Sex hatte. Okay. Best Buddy Goals oder so. Er hätte sich ja noch mit zu denen legen können dabei. Also weiß ich nicht. Ich glaube, das würde ich jetzt nicht so, also ich glaube, ich würde es nicht machen, meinen Freund zuliebe, weil das sehr einfach, ich weiß nicht, ob das so korrekt ist, neben dem Kumpel zu bimsern, ja, mit der Freundin. All right, okay, gut, was ist in Ordnung? Ich männlich beichte. Ihr schreibt jemand, ja, nicht, dass jetzt jemand denkt, das sage ich. Ich männlich beichte, dass ich 23 Zentimeter habe und deswegen nicht rausgehen kann. Ich fühle das, ja. Digga, habt das gleiche Problem. Deswegen bin ich auch, deswegen streame ich auch vormittags, weil eigentlich gehe ich gar nicht auf einen. Ich habe halt 22 und nicht 21, also fühle ich mich nicht. Ich habe auch gerade gesagt 23. Okay, hier schreibt einer, wir haben eine 26-jährige Englischlehrerin und sie ist mega hot. 26? Ja, gut, wenn es da welche gibt, ne. Ich hatte in der Schule nie dieses Privileg, ne. Ich hatte in der Schule nie das Privileg, dass wir mal eine Hübsche haben. Ich habe eine hübsche 27-jährige Biolehrerin. Kannst dir aber ein bisschen was zitieren, ja. Kannst dir aber ein bisschen unter die Lupe nehmen oder unter das Mikroskop, du weißt schon. Die ein oder andere Eizelle rausknüpfen oder untersuchen mit Mikroskop. Du weißt Bescheid. Hier schreibt einer, ich habe auf einer Hausparty in einer Rumpelkammer heimlich in einen Koffer gekotzt, dachte er, er ist gekackt. Das erwidert nicht, ja. Bei meinem Bruder, da war auch eine weirde Situation mal, da hat einer in die Dusche gekackt. Also nicht bei uns zu Hause. Da hat einer gesoffen und ich weiß aber nicht, wo das war. Der hat irgendwo in den Eimer gekackt oder so. Der hat seinen Schießmuskel nicht unter Kontrolle bekommen. Hat in den Eimer gekackt. Unfassbar, ja. Das muss ich dir mal vorstellen. Wie kann man sich nicht mehr unter Kontrolle haben und einfach so irgendwo hinscheißen. Wie soll ich dir vorstellen? Der scheißt sich einfach ein, weil es too much wurde, ja. Also da wäre ich nicht gerne Betreuer an der Stelle, ja. Ja, ich habe schon mal bei einer, ach so, das wollte ich gerade sagen, ich habe schon mal bei einer Hausparty, ich habe das auch nicht mehr und ich hatte auch zu viel getrunken, bin ich ehrlich, ja. Möchte ich ehrlich sein, ich habe zu viel getrunken. Mir ging es auch den nächsten Tag nicht so gut. Und habe ich auszusehen in den Schlafsack von einem Kumpel gekotzt. Also der war noch nicht, also der war ausgebreit, aber der hat nicht da drin geschlafen. Ich habe da rein, ja, das macht man nicht, ich weiß. Tut mir leid, ich habe da auszusehen reingekotzt, ja. Und es tat mir auch mega leid. Es tat mir mega leid. Und in den nächsten Tagen, ich konnte es nicht fassen. Ich dachte, ich habe ja noch nie vom Alkohol, habe ich noch nie gekotzt. Und auf einmal habe ich mich dort übergeben, weil es too much wurde. Ich habe, ich habe ein Meme-Video gemacht über die Schule und jetzt habe ich eine Anzeige. Geil, Mann, ja, das ist natürlich stabil. So muss es sein. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Okay, warte, wir machen weiter. Boah, hier schreit jemand, ich weiß dir hier, 100 Euro geklaut von Oma und gleiches Geld Rollator. Der hat praktisch die 100 Euro, die für einen Rollator gewesen waren, geklaut einfach. Okay, das ist hart ehrenlos, ja, seiner, seiner Familie Geld zu klauen. Das ist hart ehrenlos. Leute, macht das niemals, ne. Euer Gewissen wird euch irgendwann so dermaßen plagen, das ist ekelhaft. Wirklich sehr, sehr ekelhaft an der Stelle. Könnt ihr nicht machen. In der Familie ist das Vertrauen eigentlich am höchsten. Wenn du in der Familie das Vertrauen brichst, ist es das Schlimmste, was du machen kannst. Deswegen macht das nicht. Ihr schreibt einer, ich, männlich14, habe mir mal einen auf meine Cousine runtergeholt. Grüne Karten im Chat. Das ist so gut. Geschichten aus Saman oder wie? Ist das gut einfach. So nice. So fucking nice. Was los mit euch einfach. Klassische Saarland-Geschichte, oder? Schwierig an der Stelle, aber okay. Nächste Beichte. Ich, männlich14 Beichte, dass ich mich diesen Monat noch nicht geduscht habe und nur Haare gewaschen habe. Wir haben es im 5. 2. Ist das noch vertretbar? Aber duschen muss schon sein. Also in 5 Tagen sollte man schon mal geduscht haben, oder? Noah schreibt, meinte dieses Jahr. Ja, und was? Du hast dich dieses Jahr noch nicht geduscht? Also wenn du... Ich finde das schon diesen Monat sehr grenzwertig. Wir haben schon den 5. 2. Da habe ich mich jetzt schon 2- oder 3-mal geduscht. Mindestens. Du kannst doch nicht dieses Jahr noch nicht einmal geduscht haben. Hallo, du stinkst doch. Das rieche ich bis hier, Noah. Ist doch widerlich. Geh ich nicht raus. Trotzdem, ey, Noah. Jetzt auch nicht scheiß. Du verwahrlost ja komplett. Ey, was mit euch los? 10-Nitter-Deo-Regel. Ey, das ist aber... Kannst nicht machen, wirklich. Da fühlt man sich aber schlecht. Irgendwann fühlt man sich doch schlecht, wenn man so lange nicht geduscht hat. Das finde ich ein bisschen... Also da bin ich euch ehrlich, finde ich ein bisschen widerlich. It's my opinion. Okay, boys and girls and diverse. Tschüss. 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 Tschüss.